Weiter ist er schon so ungebraucht. Und weißt du jetzt wo die Apotheke ist? Ich weiß wo das was da ist. Alles gut. Ich krieg schon mal nicht hin. Jetzt auch. Das andere ist gar nicht fast. Er läuft doch. Er wird immer gehalten sein. Bei uns war er noch ein paar Wörter. Ich hab mich unterbrochen. Ich hab mich unterbrochen. Ich hab mich unterbrochen. Ich hab einen doppelten Dröhner. Ich hab mich unterbrochen. 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 Fast. Jetzt ble ich das. Ich hab mich unterbrochen. Wir sind nicht schön. Ich hab mich unterbrochen. Wir sind nicht so. Ich glaube, wir sind im Moment. Ich habe michael. I called the action at that first takeover where Charlotte won the nxc championship And I could tell you it was absolutely epic and it's I had many years of experience on Charlotte that night But Charlotte the Queen had her first taste of gold Oh My goodness But you can bet she has plenty of fight in her not surprising When you're in the ring with two of the best women on the roster you're gonna take a few I don't know 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 Oh There's a max slam with some attitude. I think she's trying to pull the point here I think she's trying to pull the point here What is this move? And he's going to I don't know I don't know I don't know I don't know Oh Sorry Good cut All good Look at Nikki go Beautiful technique Hard landing there Nothing to worry about just a little misstep on her part Smash That's what makes her so dangerous I think Nikki Bella just secured this match Big time slam Vicious This might be it Oh my Elbow finds its mark The triple threat match for the Raw Women's Championship was another example of the incredible competition between the female superstars of WWE That's just Charlotte proving her dominance once again That's just Charlotte proving her dominance once again That's just Charlotte proving her dominance once again And it's Nikki Bella showing some agility Slammed down hard Slammed down hard It appears as though Nikki Bella is starting to fade She definitely doesn't want to absorb much more punishment If she wants to be successful here tonight Well I still think she has the best shot at winning this match She just seems one step faster than her opponent She just seems one step faster than her opponent She's a cheeky chunk of her arm He's 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 an auto attack the deck He's an auto attack the deck What? Autos? F***ing stop Charlotte with a nice reverse That's a cheeky chunk of her arm One knee Chances at all This night could be over for Dana Brooke Harsh impact I lose that one Pfff Revenge it to the sweet Larian I lose that one I lose that one Look at the quickness by Dana Brooke Yeah Yeah Yeeha Yeeha What? I see What the fuck is happening? What's happening? What the fuck is happening? No water He's in my hand Is you behind? Yeah I just lost the gun I already have a 13-year Wait for me Ich glaube, das ist ekelhaft, das ist gut, aber das ist echt gut. Das ist wirklich nicht. Ja, mein Gott. Schlimmeres. Ja, also. Nein, machen wir nicht. Alles Gute. Oh nein, Mann. Das ganze ist gut. Ich habe immer noch hingeladen. Wo war ich? Wo war ich? Halt das Maul jetzt. Tschüss. Warte auf, schau mal. Ich will nicht sitzen. Oh nein. Oh nein. Das ist die Klingel. Ich habe es nicht glücklich. Die Klingel war. Die Klingel war das nicht. Zweig, man. Der Klingel hat ihn nicht. Der Klingel hat ihn nicht. Der Klingel hat den Klingel hat ihn nicht zuhause. Das ist auch ein ganz schönes Dankeschränke. Ja, lieber. Ja, ich habe gerade ein Unfall gebaut. Er hat mich so einen Kachpo eingefahren. Ja, ich bin immer noch so krabb, aber ich kann mich schon kümmern. Er hat jetzt ein Dildo hier oben auf dem Ding. Er ente. Aber man ging irgendwo irgendwas um. Warte mal auf. Schubding. Ich habe die alte Hände mit der Ding. Hier ist es. 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 Oh, ein bisschen. Coch am Ring Was ist denn das für ihre Verhebigerufe jetzt? Komm, woher Kassler oder? Haben wir jetzt ihr Puffi? Sieht aus wie Bruce Lee im jungen Kopf. Der Binde. Die Strafe für das Stompen. Der Wittes Casino ist auch da oben. Ist das blöde? Was macht die Alte? Wieder? Das ist so ätzend. Schwachsinnigerweise. Aber jetzt wird immer schlimmer im Spiel. Es ist eine Frage, die sich auf den Pfeifen hat. Ich bin sicher, dass sie etwas auf ihr Schlaf hier hat. Schau mal die Quickness von Dana Bluth. Und es ist Nikki Bella, die Sie die Agilität haben. Und Rudi Bulldog. Der sah schön aus. Ja, die müssen wir kündigen lassen. Verweigungsrobots. Wow, she spotter way all the way back here. Momentum is completely in favor of Charlotte now. Inder for him. Inder for him. Nikki Bella doing a great job of turning that one around. Oh, what a backbreaker. Man, just ugly impact. Look at her go. The total diva looking totally dominant. There's the reversal from Dana Brooks. Charlotte was able to get out of danger there. Charlotte with the spear. I don't like Dana Brooks chances at all. Charlotte just changed the momentum of this match. Yeah, man. Inder, wait a minute. No, she's too quick for her. Oh, this is not good at all. The ten... Golly, what a knee. Effectively using the knee. Oh, man! Bulldog! This... Nikki Bella's just waiting for the perfect... Some good technique right there. Look at Nikki go! And now, one more time. Oh, that's right. Nicely done. And it's Nikki Bella showing some agility. DDT! Oh, an elbow drop. And there's the reversal from Dana Brooks. Oh, man, she's rolling now. Oh, talk about getting flat. Yeah, she's gonna be feeling that one for a while. Oh, no! And the first DDT! It's a good job. Oh, no! Oh, man. Oh, no. Oh, no! Oh, no! Oh, no. Oh, no! Oh, man! Oh, no! 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 For this one is going to be more stupid. Was ist das Spiel? Oh, was ist das? Wie sieht er aus? Ja, so mit reichen. Ja, aber ich habe mich gefühlt, dass sie können. Ich. 2 Gets the shoulder up, wow What's it going to take? And we continue Oh, that's one way to bring it to her She goes for the cover Beautiful technique By the hair That's the way That's the way That's the way I don't know I'm going to stop it I don't know I don't know You got to believe this one's over Man sieht schon in der ersten Platz, hier unten. Das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer. Entschuldigung. Ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer. Ein Schöpfer geht ab. Ein Schöpfer ist ein Schöpfer. Wir sind einfach zu wenig Leute. Das ist einfach zu wenig. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh, she gets out of the way. Oh, what a clothesline. Willfully delivered. And a body draw. You see the height on that? Charlotte turns it around. Nice move. Eh, eh, eh. Oh. And here comes Charlotte. ... ... ... ... ... A little bit of time. ... ... ... ... ... Ich bin der Lüster hier. hier kommt auf die Kälte wir sehen uns ob sie kann und sie tue es sich mal auf sie und sie und sie und sie und sie ja ja aber ja 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 Die Impact Boom, knee right to the face Moment Set, match, this one is over Charlotte, she goes for the cover And this is all part of Charlotte's strategy Man, it doesn't work, we need three holes We don't need it, now we have to go to the 5th place We need to go to the 5th place How are these super-s How are these super-s Going guys? I mean, they have to be at the fumes right now I really have Oh, it's offline We're gonna have to go to the 5th place We're gonna have to go to the 5th place Yeah, because you had to go to the 5th place The 5th place is on the 5th place I have to go to the 5th place Reversal plus Reversal, auto reversal With a nice reversal So much damage inflicted Oh, man Ooh, kick, f*** Watch out Watch out She comes up big with a reversal I've seen a lot of this I've seen a lot of this I've seen a lot of this Was ist es? Und sie ist mit ihr jetzt. Der Rack Attack kommt! 2.0! Das ist vorbei. 2.0! 2.0! 3.0! 2.0! 2.0! 3.0! 4.0! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020